In diesem Video wird vorgestellt, wie die Methode Strukturlegetechnik technisch umgesetzt werden kann. Um einen begreifbaren inneren Zusammenhang der vermittelten Fachinhalte unter den Lernenden aufzubauen, ermöglicht das interaktive Whiteboard Miro Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, mit einem beliebigen digitalen Endgerät ohne notwendiges Benutzerkonto alle fünf Schritte der Strukturlegetechnik an einer eigenen bzw. gemeinsamen digitalen Tafel kollaborativ zu gestalten. Miro kann sowohl webbasiert als auch als App bzw. Programm auf allen gängigen Betriebssystemen genutzt werden. Um Schülerinnen und Schülern den anonymen Zugang zu mehreren Whiteboards zu ermöglichen, benötigen Lehrerinnen und Lehrer einen kostenlosen Education-Account, der nach erfolgreicher Überprüfung des Nachweises einer Lehrtätigkeit umgehend freigeschaltet wird. In der Vorbereitungsphase erstellt die Lehrkraft individuelle Boards für alle Schülerinnen und Schüler und Gruppenboards entsprechend der später gebildeten Anzahl an Dreier- bzw. Vierergruppen. Um ein neues Board zu erstellen, wählt man oben links das blaue Feld mit der Bezeichnung New Board aus, übernimmt kein Vorstruck gerätes Board und erstellt somit ein leeres Board. Für das Notieren möglichst vieler Begriffe des Kartenmemories in der Einzelarbeitsphase bereitet die Lehrkraft auf den individuellen Schülerboards eine Sammlung an leeren Karten vor, deren Anzahl der Gesamtanzahl an präsentierten Begriffen entspricht. Als Kartenvorlage bieten sich bei Miro Notizzettel die Sticky Notes an, da bei diesen der Text schnell durch einen Doppelklick hinzugefügt werden kann. Hierbei kann man zwischen einer Druckschrift und einer Handschrift auswählen. Zudem lassen sich bei den Sticky Notes Größe durch Ziehen an den Ecken, Farbe durch Auswahl in der Menüleiste und Positionen durch Verschieben bei gedrückter Maustaste bzw. Finger auf einem Touchdisplay schnell verändern. Durch Auswahl der rechten Maustaste und der Option Duplicate lässt sich das Erstellen mehrerer Karten erleichtern. Falls man mit einer Tastatur arbeitet, gibt es auch die Möglichkeit mit dem Shortcut STRG plus D bzw. COMMAND plus D zu arbeiten und den Prozess zu beschleunigen. Für Schritt 2 der Sortieraufgabe bzw. Schritt 3 dem Dreiergespräch bereitet die Lehrkraft zudem einen grünen Weiß-Ich-Stapel sowie einen roten Weiß-Ich-Nicht-Stapel auf den individuellen Schülerboards vor. Dazu wählt die Lehrkraft auf der linken Seitenleiste das Symbol Frame aus und entscheidet sich für die Custom-Variante, damit der erstellte Rahmen entsprechend der Anzahl an platzierten Karten sowohl in der Höhe als auch breiter angepasst werden kann. Für die Anordnung der Karten im Feld bietet die Option Grid eine übersichtlichere Struktur, da später hinzugefügte Karten automatisch nebeneinander angeordnet werden. Sowohl die Farbe als auch der Name werden angepasst. Durch Duplizieren des Feldes werden alle Formatoptionen übernommen, lediglich Farbe und Überschrift müssen abgeändert werden. Um das individuelle Schülerboard mit der jeweiligen Person zu teilen, wählt man oben rechts das blaue Feld mit der Beschriftung Share aus, vergibt einen passenden Namen für jede Person, gefolgt von Save. und wählt unter dem Punkt Anyone with a link CanEdit aus. Um das Board vor unerlaubtem Gebrauch zu schützen, lässt sich ein Passwort erstellen. Durch Auswählen des blauen Feldes Copy Board Link wird der entsprechende Link zum Board in die Zwischenablage kopiert und lässt sich nun auf unterschiedliche Weise mit den einzelnen Lernenden für die Einzelarbeitsphasen teilen. Das Board wird durch Anklicken des Miro-Logos am oberen linken Bildrand geschlossen. Anschließend lässt sich jedes Board einfach durch Auswahl der drei Punkte duplizieren und im Titel für weitere Lernende anpassen. Die Zugriffsberechtigung muss bei jedem duplizierten Board unabhängig von den Einstellungen des Originals neu eingestellt werden. Für die Gruppenboards werden in der Vorbereitung lediglich die Felder weiß ich bzw. weiß ich nicht benötigt, da die Lernenden ihre in der Einzelarbeitsphase des Kartenmemories erstellten Begriffe in der Gruppenarbeitsphase in das gemeinsame Gruppenboard hinein kopieren. Dementsprechend löschen wir bei einem Duplikat eines individuellen Schülerboards die leeren Sticky Notes und ändern den Titel in einen passenden Namen für die jeweilige Gruppe. Abschließend erlauben wir auch bei diesem Gruppenboard die Zugriffsberechtigung, so dass anonyme Nutzer ohne Benutzerkonto das Gruppenboard bearbeiten können. Die Gruppenboards werden abschließend durch Auswahl der drei Punkte entsprechend der Anzahl an benötigten Gruppen dupliziert und dem Titel angepasst. Für die Eingangspräsentation der ausgewählten Begriffe können zahlreiche Programme und Apps verwendet werden. Unsere Wahl fällt auf die Präsentationssoftware LibreOffice Impress, da diese Software für alle gängigen Betriebssysteme mobiler und stationärer Geräte kostenlos erhältlich ist. Nach dem Öffnen von LibreOffice erhält man folgenden Startbeschirm. In der linken Seitenleiste wählt man nun Impress-Präsentation aus und ändert in der rechten Seitenleiste das Layout zu einer leeren Folie. In der oberen Tool-Leiste wird nun das Rechteck-Symbol ausgewählt und mit gedrückter linker Maustaste bzw. Finger auf einem Touch-Display kann nun ein Rechteck bis zu einer gewünschten Größe erstellt werden. Automatisch werden in der rechten Seitenleiste Optionen zur Formatierung des Rechtecks angeboten. Wir ändern die Füllfarbe des Rechtecks und erstellen eine Kopie des Rechtecks, um sicherzustellen, dass alle Rechtecke die gleiche Größe besitzen. Hierzu wählt man mit der rechten Maustaste bzw. entsprechender Funktionen auf einem Endgerät mit einem Touch-Display aus dem Menü den Punkt Kopieren aus. Nun fügt man das kopierte Rechteck ebenfalls mit einem Klick der rechten Maustaste und anschließender Auswahl des Punktes Einfügen hinzu. Die Kopie liegt nun nicht erkennbar exakt auf dem Original und lässt sich ganz einfach etwas nach unten ziehen. Um den Prozess zu beschleunigen, hilft die Verwendung des Tastatur-Shortcuts Strg-Plus-C bzw. Command-Plus-C gefolgt von Strg-Plus-V bzw. Command-Plus-V. Diesen Prozess wiederholen wir nun so oft, bis die benötigte Anzahl an Karten erstellt wurde. Beschriften lassen sich die Karten einfach mit einem Doppelklick. Zeilenumbrüche werden durch das Drücken der Enter-Taste erstellt. Sobald man sich in der Texteingabe befindet, werden in der rechten Seitenleiste Optionen zur Formatierung des Textes angeboten. Bei längeren Beschriftungen der Karten kann es notwendig sein, die Schriftgröße entsprechend zu verkleinern. Nun füllt man alle Karten mit den benötigten Definitionen, Fachbegriffen oder Vokabeln. Die gesamte Folie wird in der linken Seitenleiste durch einen Klick der rechten Maustaste bzw. entsprechender Funktionen auf einem Endgerät mit einem Touch-Display mit anschließender Auswahl der Option Folie doppeln aus dem Menü dupliziert, um eine vollständige Vorlage für die Präsentation aller Begriffe für die Phase der Ergebnissicherung zur Verfügung zu haben. Die Beschriftungen der ersten Karten werden nur vorgelesen und im folgenden Schritt der Vorbereitung gelöscht. Abschließend müssen den einzelnen Karten Animationen hinzugefügt werden, damit diese in der gewünschten Reihenfolge bei der Präsentation des Memories erscheinen. Dazu wählt man in der rechten Seitenleiste das Feld mit dem gelben Stern aus, markiert die erste zu präsentierende Karte und fügt eine Animation durch Auswahl des Plusfeldes im rechten Animationsmenü hinzu. Es lassen sich unterschiedliche Effekte einstellen, der voreingestellte Effekt Erscheinen kann direkt übernommen werden. Nun werden Animationen den einzelnen Karten in der zu präsentierenden Reihenfolge nacheinander hinzugefügt. Falls Fehler auftreten, lässt sich die Reihenfolge der Animation im rechten Animationsmenü durch Verschieben mit den Pfeiltasten korrigieren. In der Menüleiste lässt sich die Bildschirmpräsentation durch den gleichnamigen Punkt starten, gefolgt von Auswahl des Punktes Start mit erster Folie. Alternativ reicht das Drücken der Taste F5, um die Bildschirmpräsentation direkt zu starten. Mit jedem Mausklick oder Drücken der Pfeiltaste nach rechts wird jeweils die nächste Karte aufgedeckt und die Vorbereitung der Präsentation des Memories ist abgeschlossen. Ein Abspeichern der Präsentationsdatei ist bereits direkt am Anfang der Erstellung empfehlenswert, um die Speicherung der Datei auch bei möglichen technischen Problemen zu gewährleisten. Beim Kartenmemory startet die Lehrkraft die Bildschirmpräsentation der Begriffe im Plenum. Die erste Reihe wird nur vorgelesen. Die mittlere Reihe wird ausschließlich präsentiert und nicht vorgelesen. Die rechte Reihe wird abschließend gezeigt und vorgelesen. Zwischen der Präsentation der jeweiligen Reihen legt die Lehrkraft eine Pause von einer Minute ein. Direkt am Ende der Präsentation öffnen alle Lernenden ihr eigenes Board auf den digitalen Endgeräten und versuchen, möglichst viele Begriffe aus der Präsentation auf ihren Karten zu notieren. Für den dritten Schritt kopieren die Lehrenden alle beschrifteten Karten von ihren eigenen Boards in das Gruppenboard, das sie durch den zuvor von der Lehrkraft bereitgestellten Link in einem neuen Browserfenster geöffnet haben. Bevor dieser Schritt durchgeführt wird, wäre es ratsam, die Lehrenden zu bitten, innerhalb ihrer Gruppe die Farben der Notizzettel so zu verändern, dass jedes Gruppenmitglied eine andere Notizzettelfarbe nutzt. So können in der Sammelfase doppelte Nennungen einfacher erkannt werden. Anschließend werden doppelte Karten entfernt und überprüft, ob sie gemeinsam alle Begriffe auf der Tafel sammeln konnten. Gegebenenfalls tauschen sich die Gruppenmitglieder erneut aus und versuchen, fehlende Begriffe zu ergänzen. Im letzten Schritt des Kartenmemories präsentiert die Lehrkraft auf der zweiten Folie der Präsentation alle Begriffe, sodass alle Lernenden ihre Ergebnisse abgleichen und gegebenenfalls ergänzen können. An dieser Stelle ist es für die folgenden Schritte wichtig, dass die Lehrenden alle Begriffe sowohl auf ihren eigenen Boards als auch auf den gemeinsamen Gruppenboards vervollständigen. Im Anschluss an das Kartenmemory ordnen alle Lernenden bei der Sortieraufgabe in Einzelarbeit die Begriffe entweder auf den Weiß-Ich-Stapel, falls sie den Begriff ausreichend definieren, erklären oder übersetzen können, oder auf den Weiß-Ich-Nicht-Stapel, falls dies nicht gelingt. Die Karten werden auf den Boards der Schülerinnen und Schüler mit gedrückter linker Maustaste bzw. Finger auf einem Touch-Display auf die entsprechenden Felder gezogen und ordnen sich dort automatisch übersichtlich an. Als Vorbereitung auf das Dreiergespräch kopieren die Lernenden alle Begriffe des eigenen Weiß-Ich-Nicht-Stapels aus ihrem eigenen Board auf den gemeinsamen Weiß-Ich-Nicht-Stapel des Gruppenboards. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Duplikate werden entfernt. Anschließend versuchen die Lernenden, sich die Begriffe auf dem gemeinsamen Weiß-Ich-Nicht-Stapel gegenseitig zu erklären. Erklärungen zu übrigbleibenden Begriffen, die nicht gegenseitig innerhalb der Gruppe erklärt werden konnten, werden gemeinsam recherchiert. Hier können die Lernenden auf das Internet, eigene Notizen, Unterrichtsmaterial oder die Lehrkraft zurückgreifen. Alle Begriffe werden aus der Übersicht auf einen Stapel gepackt. Anschließend nacheinander von einem Gruppenmitglied erklärt und von einem weiteren Gruppenmitglied reihum wiederholt. Abschließend werden offene Begriffe und Fragen im Plenum geklärt. Während die Lernenden im Dreiergespräch offene Begriffe des Weiß-Ich-Nicht-Stapels diskutieren, ergänzt die Lehrkraft die Präsentation um die Begriffe, die besonders wichtig, schwierig oder erklärungsbedürftig waren und erstellt große Karten der Begriffe auf einzelnen Folien. Diese werden unterschiedlichen Gruppen zugeordnet und dort diskutiert. Abschließend erklären Abgeordnete der Gruppen ihre zugeteilten Begriffe im Plenum, während der entsprechende Begriff auf den großen Karten präsentiert wird. Die gesamte Lerngruppe kann mit grünen und roten Karten Zustimmung bzw. Ablehnung signalisieren. Bei einer mehrheitlichen Ablehnung werden Begriffe erneut geklärt. Im letzten Schritt, dem Strukturlegen, bearbeiten alle Lernenden in Einzelarbeit ihre eigenen Boards, indem sie die Karten individuell in einer für sie sinnvollen Struktur anordnen. Linien, Pfeile und zusätzliche Beschriftungen können hinzugefügt werden. Linien, Pfeile und zusätzliche Beschriftungen können hinzufügen. Abschließend teilen die Lernenden den von der Lehrkraft erhaltenen Link zu ihrem individuellen Schülerboard mit einem Partner bzw. einer Partnerin und erklären sich gegenseitig ihre individuell erstellten Strukturen. Zur Ergebnissicherung wählt man am oberen linken Bildrand das Exportsymbol neben dem Boardtitel aus. In diesem Fall wählen wir die Speicherung als Bildformat Save as Image aus und bestimmen den gewünschten Bereich, der vom Board exportiert werden soll bzw. die Bildauflösung. Ein abschließendes Auswählen des Feldes Export speichert das Ergebnis lokal auf dem entsprechenden Endgerät ab.